Hallo, herzlich willkommen bei Nubart, bei den ehrlichen Lautsprechern. Wir haben zwei Messeneuheiten mit auf die High-End dieses Jahr gebracht. Das ist einmal unser Nuline RS54, unser neuer Dolby Atmos Speaker. Das ist ein Aufsatz-Lautsprecher, der auf den vorhandenen Front- und oder Rear-Lautsprechern in einem Surround-Setup Platz nimmt und den Sound in die Höhe erweitert, sage ich jetzt mal. Das ist offiziell von Dolby zertifiziert, kann alternativ auch als Direktstrahler betrieben werden, aber Hauptaufgabe ist der Einsatz als Dolby Reflexiv-Lautsprecher. Ich zeige Ihnen das ganz kurz mal. Der besitzt hinten eine Schlüssellochaufhängung bzw. zwei für den Wandbetrieb. Das Anschluss-Terminal befindet sich auf der Rückseite, kann hier mit diesem Schalter umgestellt werden zwischen Reflexiv- und Direktbetrieb. Das Gitter lässt sich wie bei allen Lautsprechern der Nuline-Serie selbstverständlich abnehmen, um die Chassis etwas besser zeigen zu können. Und er passt auf eine ganze Menge Stand- und Kompakt-Lautsprecher aus unserem Programm. Der Nuline RS54 kostet 295 Euro pro Stück und wird wie gesagt am besten im Tandem mit beispielsweise einer Standbox wie der Nuline 284 eingesetzt.